so ein kurzer cut später hier bin ich wieder mit der finalen herausforderung ich bin mal gespannt was wollen sie jetzt oh mein gott wo zum ok da hinten kommen sie schon mal nicht rüber immer sagen sie kommen von der seite sie kommen von der seite von der seite sie von ziemlich vielen seiten und oh ja da kommt doppelmord aussehen jetzt guck mal was stehen hier im text drin gut lag der federation has grown to accept grown to accept great things to you ok einfach nur für glück das werden wir schon schauen sechs säufe wow sechs runden sollen wir bestehen hier und wir haben ziemlich wenig bekommen an kohle das ist echt ziemlich wenig so dann erst mal ein hinbauen so wenn wir zwischen ein bisschen strumpfler anfangen wir können uns wir können uns sogar generator und gleichzeitig leisten was hier oben relativ schädig wäre halt falsch deutscher schweiz der mine ist das der ja so mine und generatoren gesagt habe strumpf das ganze und dann irgendwie später mal hier so ein wenig in das ganze abdeckt das heißt wir müssen mit unserer gesamten anlage runter gehen es vorher als versorgt sein irgendwie so und wir brauchen noch anfang strumpfler sowieso schaut würde mich jetzt gerade gar nicht und ich würde mal sagen wir brauchen jetzt ziemlich ob es zu umfallen wir können relativ wenig anbauen stelle ich gerade fest könnten hier vielleicht eine farme bauen aber das soziale irgendwie ist hier ziemlich ziemlich mau dort und auch schon mal besser sagen was war so so minus 10 keine grundvoraussetzung aber wir können es trotzdem irgendwie schaffen kann trotzdem funktionieren weiter ohr meine vielleicht hinbauen ist gerade nicht so hat auch wieder strom macht alles strom irgendwie egal was wollen wir brauchen sowieso strom green house ich glaube mal kümmer könnte man bauen sagt 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 das war es auch dann schon so zeit können wir nicht hinbauen da fehlt uns das die kleingeld das man könnten wir einen weg hinbauen das war es aber auch schon sozialwohnung da oben dann so quasi die kleingeld das war es auch schon mal ich muss sagen also das bauen wir einfach ja einmal hier runter ok zu dem thema soviel zu dem thema mitgenommen dann hier noch mal das reingelegt und gehofft dass wir ein bisserl was bekommen wir betrugen auf ein bisserl was fünf minuten für der anfang ok fünf minuten könnten wir überleben strom 25 ich brauche hier ein bisserl was jungs ich brauche ja wisse was dankeschön damit ist läuft es hier danach wird es besser danach wird alles besser hier und so mit einer verbindung darüber müssen das ding hier zu machen und das hier drüben auch so wie es ausschaut so quasi hier entschießen ja doch das können wir so lassen und natürlich noch ein zweites und den hier entbauen können irgendwann zumindest mal was vermehrt ist immer auch das immer auch hier ja da ist nichts mitgenommen danke das gespräch genau das was ich brauchst hat geld das hat er natürlich nicht mitgenommen ich brauch mehr davon ich brauch mehr jungs ich brauch mehr dankeschön je mehr umso besser ich muss hier gucken dass ich hier oben auch noch was hinbaue nach hier unten solltet es auch nicht abdriften dürften linie nummer eins linie nummer zwei die wir dementsprechend noch sollen bauen müssen damit wir durchlaufen können und noch ein weiteres geschütz hier rüber damit wir allgemein hier alles abschließen können was auch kommen könnte klingt dann beim plan für mich klingt dann im guten plan für mich stromspeicher ja bitte ganz ganz dringend sogar jetzt braucht man noch ein bisschen mehr kohle das heißt wir müssten ja auch anfangen mit dem hier so zack haben wir hier auch gestellt ok keine kohle mehr soviel zu dem thema keine kohle mehr strom haben auf jeden fall garnisieren können wir jetzt hinten zackrein pflanzen wenn man natürlich jetzt ja auch noch etwas wer strom hätten wäre das nicht schlecht keine kohle mehr naja vielleicht hinten noch ne kation jep kann man auch noch machen je mehr umso besser 1,50 oh gott oh gott so apropos nehmen wir dem hier und das für 100 könnten wir jetzt hier auch gleich rein bauen in der theorie zumindest in der theorie ich bin ja ich bin strommasten brauchen wir auch noch ganz ganz dringend sogar kommt schon was nicht kommt noch nichts das ist ein bisschen zu heftig das ist gerade ein bisschen zu heftig die 100 komm gib mir 100 gib mir und ich weiß es muss ich viel sein es muss ich wieder aber gib mir 100 ich muss das denn hier bauen ich kann es mal so dann fahren fürs essen hier bitteschön ein paar stück habt ihr ein paar stück ist besser als gar nichts so trinium mine können wir ein hirn bauen und wir können eine hirn bauen das sieht noch recht schlecht aus komm das doch ein bisschen was anfassen ein bisschen was zumindest also ihr könnt noch ein bisschen mehr wir können noch ein bisschen mehr strom stelle ich gerade fest einmal hier rein auch wenn es nichts effektivstes hauptsache wir haben irgendwie strom ich möchte jetzt hier noch ein paar geschütze mehr haben das fühle ich mich nämlich leicht nackige natur ok das könnten wir gerade noch so überleben ohne probleme ok auf gerade noch so und morter dankeschön das habe ich jetzt noch gebraucht deshalb ist es mehr als gut gebraucht ok warten werch die fitte dankeschön wunderbar passiert mu das ist definitiv nicht zu verachten Dann könnten wir eigentlich nur sagen, da unten noch einen hin, dass wir noch einen zweiten Wagen für alles haben und nachdem wir so viel haben, wird es sich doch bestimmt anbieten, genau das Ding einmal komplett voll zu machen. Zeitgleich hier für etwas Essen sorgen, mit Beton auf etwas essen. Ich muss gar gucken, ob wir irgendwelche Gutes haben, aber momentan nicht. Nein. Mist. Okay, wir haben drei Stücke und hinten kommt auch was. Warum? Warum nur so viel? Wir können ja einmal sagen, der kommt hier hin, der kommt hier hin und der kommt hier drüben hin. Geht nicht ganz, okay. Wenn es nicht ganz geht, dann geht es dann eben nicht ganz. Wenn wir mich hier rüberschießen, müssen wir dann zumindest noch sagen können, dass wir soweit zu machen. Und ein bisschen was geht auf jeden Fall. Vier Minuten nur? Oh Mann, das ist nicht viel. Das ist zu wenig Zeit. Spiel, das kannst du mir nicht antun. Das kannst du mir auch einfach nicht antun, ja. Ähm, was wird drin gebaut? Und zugemacht, das Ganze. Können wir noch ein bisschen mehr Geld wegkriegen? So, einmal außenrum gefahren. Und dann sagen wir, je nachdem, wo man hinkommt, wo. Einmal hier zurück. Einmal hier hin. Und einmal so hin. So, dazu kommt jetzt noch ein weiteres Fahrzeuglein. Äh, eventuell noch ein Thermalreaktor, denn warum nicht? So. Abkürzungen für das Ganze gibt es nicht, aber das soll trotzdem ausreichend sein, zwei Minuten nach unten haben wir auch noch was zu bauen. Oh je, ja, da muss definitiv noch eine Maul hin. Definitiv meine ich auch definitiv. Ähm, zack und zack. Da eventuell auch mal noch ein... Ja. So was von ja. Stromversorgung muss auch noch nach hinten hin. Ist erledigt. So, ich würde es hier hinten aus. Momentan rein gar nicht stehen. So, damit die auch mal unter Strom sind. Was ist das Wort ist? Solle. Jetzt sind wir nun zehn. Wir haben Essen, wir haben einen Trink. Wir schützen mit dem Essen an sich aus. Nicht so gut. Okay. Müssen wir noch etwas hinbauen. Damit wir aber auf jeden Fall Kohle bekommen. Aufladung geht auch. Oh, komm schon ernsthaft. Ich bin noch nicht bereit für sowas. Dankeschön dafür. Ähm, was haben wir denn? Haben wir genug Zeit noch für ein Mord? Ich hoffe ja. Ja. Triniu Mine. Dankeschön. Dass die direkt hier runter geht. So, wunderbar. Können wir da vielleicht noch ein weiteres Fahrgeschäft hin machen können wir? Ja. Da müssen wir auch nochmal eins hinbauen. Einfach nur weil einer bei weitem nicht ausreicht. Um das ganze hier abzufüllen. Der fährt, der fährt auch. Hier kommt noch ein zweiter hin. Ähm, noch einen Generator brauchen wir für Strom. Yep. Solle. Ähm, Batterie zählen wir vielleicht auch nicht das Schlechteste hier hinten noch. So. Einmal Vollart bitte. Wir haben die Mordtasse, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir haben aber noch nicht genug Geschütztürme. Egal wo wir es gerade sehen. Hier, hier, hier. Hier auch noch. Zack und zack. Oh. Strom, 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 strom. Wo bleibt denn der gute Strom? So, hier rüber und dort rüber. Hier haben wir auch schon ein bisschen was hingebaut. Äh, Garnision, damit es auch ohne Strom vor... Äh. Garnision. Das hab ich gebraucht. Eine Hand für Geschütztürme hier, eine Hand für Geschütztürme dort. Und die Geist auch noch nach hinten gestellt. die zweite mauer kriegen wir nicht wenn das nicht bekommen dann bekommen wir jetzt nicht so schaut kohle technisch alles hierhin machen oh mein gott ist es viel das ist ziemlich viel weil hier geht es hier geht es auch insofern sie sich nach unten angreifen hätten wir recht gute chancen stehe ich gerade fest doch nicht so böse so und das wäre gut wenn man jemand kommt dass man sie hier ableiten könnten das werde ich das für mehr als herrlich okay was können wir hier noch machen ich habe eine idee wir können sagen hier bitte machen meine kanonien bauen und einmal hier nach oben verfahren komplett das sollte mehr als ausreichend sind nämlich dich wegbauen und dich hier wegbauen und sind die nur für die kanonien zuständig durch das übelst du ich jetzt mal sagen überhaupt nicht das übelste aufgebaut der kann hier drüber schießen ist auch schon mal gut was haben wir denn geld haben auch wie noch geld haben wie heu stelle ich gerade fest da könnten wir doch bestimmt was dran machen müssen wir einfach sagen hier geht doch eine straße rüber um hier rüber zu kommen für ein weiteres zack zack viertel das wäre doch gar nicht mal das schlechteste hier strom hinstellen dann für die kohle brauchen ein bisserl was so ok reicht nicht ganz aus macht nichts reicht nicht ganz aus genau sie sollten aber ausreichen also bis zu weit weg das war ein paar normale sachen bauen aber immer noch gut immer noch gut wir haben 1 4 und 1 4 jetzt geht auch soweit in ordnung und wir könnten hier aber noch mal ein paar fahrzeuge bauen davon haben wir auf jeden fall nicht genügend so mehr zack so drei neue fahrzeuge für mehr das können wir noch mit rein machen das sind noch mal gesagt ist auch soweit in ordnung geld technisch brauchen wir da gerade was kapizenturen kann uns leisten in hänze werden noch was schönes beziehungsweise noch eine weitere kümmern ich nur ein paar minieren stellen ist gerade richtig sehe warum eigentlich nicht so nach hier oben noch meinen hin sitzt passt und hat luft man gerade ein bisschen minus stelle ich fest ist aber nicht gut ist überhaupt nicht gut hier meine mehr mehr der und wir können doch dann hier unten das ganze mit zwei reaktoren laufen lassen soweit ich weiß weil dann haben wieder genug strom haben wir mehr als genug strom ihr braucht ein bisschen bis zur unten zeit aber wenn und zeit gibt immer jede menge ressourcen ist schon alles schon sehr gut so muss ich machen mal kurz gucken ich wollte eigentlich die hier und die hier so noch den zweiten hier rüber und generator voll damit soll ich jetzt mehr als eindruck schinden können bei allen jetzt halt auch am vergeben mir ist 2 es macht so halbischen kann sagen da ist was in die luft geflogen ist das einzige ziel ist es muss funktionieren irgendwie so so und so was ja dann doch irgendwie geht hat die drei die komische abgreifen es ist ein bisschen klein für drei stück aber es macht nichts einfach zwei stück entschuldigung es wird trotzdem funktionieren ok zwei minuten noch zeit für eine verteidigungslinie ihr macht mich fertig so 12 12 12 12 jetzt mal region 1 gesaved so quasi warum das hier nämlich strom an der front dann wäre schon alles wesentlich besser so noch hier und so noch hier wie schaut es hier drüben aus da ist noch nicht so viel da kann man ein paar dampe bauen und den recht damit irgendwie auskleiden ja doch 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 das kann man so lassen und darüber mit verbinden eine minute haben wir noch ok das ist auch schon mal safe alles ist da oben hat kein was für strom blöd warum haben wir hier keinen strom gelassen hier so besser wesentlich besser dann brauchen wir auch natürlich auch überall wenn ich denn die kule dafür hätte wenn ich doch nur die kule für alles hätte was ich gern bräuchte auf jeden fall genug für ein paar drops das heißt 123 und mitnehmen allahi GI virzglia ok das kann natürlich sein in harzer das ding muss besser laufen und wie das ding besser laufen muss 겠어요 т busted so viel strom irgendwie herbekommen können und wir könnten sogar sagen wahrscheinlich hier so zu abwechseln auch mal ein hier einschmeißen ok definitiv hier noch mehr aufladen auflade drohen die müssen ja ist noch falls kaputt machen können ich merke schon nachts ist nicht gut nachts überhaupt nicht gut vielen lieben dank dafür dafür okay wir haben hier auch einen kleinen durchbruch gehabt mit beton auf den kleinen nichts ernst zu nehmen ist zum glück hat das nehmen ich würde sagen was hat das ding was heißt da oben drauf aber es ist eine kommunikationsstation gegeben alles gut so kann man kann nie genug leute auf der mauer haben du mal auf der lauer so haben wir noch jemanden das ganz können wir auch zu machen mehr noch weiteren generator und wir bauen hier noch mal ein truck hin weil hier gibt es hier gibt es jede menge abzufahren ich meine ich auch jede menge ich würde behaupten das geht soweit die gibt es in ordnung denn hans ist auch draußen mit der mal ein bisschen herauspumpt nahrungsmittel sind auch soweit in ordnung oder ja kommen mehr als zu lassen dann gehen wir noch mehr auf verteidigung über die damper sind auch soweit fertig so die stelle war safe die stelle war auch so die war noch nicht selbst weil wir noch nicht genug da haben sie das kaputt gemacht und schön und schön so das ist auch alles mit dem strom netzwerk drinnen ja es ist okay also müssen wir gucken dass wir irgendwas zurecht bekommen bingo links und rechts noch was hingestellt ja war klar nicht überall haben wir strom für das ganze spielzeug mal kurz den cut machen einen moment so muss ich gerade die stimme etwas entspannen und wir sehen nämlich dass hier ziemlich viel hat erwarten ist stelle ich gerade fest wer ist dann wenn wir noch sagen hier hin aber mehr geht gerade nicht okay scheinbar nicht so ist drei minuten wenn hier gerade so viel abgenommen wird dann könnte man doch auch theoretisch noch ein paar mehr tracks holen das ist auch ziemlich weit weg muss ich gestehen es ist ein ziemlich weiter weg da braucht man schon einiges an tracks überhaupt hinterher zu kommen bei dem ganzen 25 ich bräuchte aber noch mal einen enhancer eigentlich gerade für die mine 500 ja so viel habe ich nicht 500 so viel habe ich leider nicht parat dazu schön aber nein 12 12 dass wir hier so viel möglich hinbekommen ihr kennt das spielchen ja je ärger wir sie aufhalten können umso glücklicher bin ich auch strom strommasten damals so des weiteren und hinten kommt noch nichts momentan okay nur von nur von da hinten sowieso schaut 40.000 strom wird reingepumpt bis zum umfallen ok haben wir auch ein enhancer mehr grad schon muss hier eingebaut werden und natürlich noch wesentlich mehr verteidigung so viel verteidigung irgendwie hinbekommen und noch ein strommasten hinten einfach nur auf doch ja alles bestromt wird können wir vielleicht noch ein britzelbratzeln bauen ihr habt können wir ja wunderbar das ist was mir gerade noch überall so ein bisschen fehlt dieses gewisse gebritzele kommt hier noch ein türmchen damit er weniger strom verbraucht was nicht gerade schlecht ist 50 jahr zack 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 hier danach auch noch momentan aus es geht es geht es könnte ein bisschen besser sein aber für den moment ist es in ordnung ich habe auch noch höheren output das ist schon mal klar da können wir noch mal ein paar sodaten bauen einfach nur um einbietigkeiten zu trotzen mehr batterie wie willkommen so hier wunderbar ha 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 umso besser so jetzt darf man auch noch ein paar stück und jetzt kommen sie bis zum umfallen jetzt haben wir eventuell die chance zu siegen und nicht zu siegen das ist hier die große frage ok wir brauchen auf jeden fall hier was zum nachladen wir brauchen hier was zum nachladen da brauchen wir nix da brauchen wir nix die kommen auch soweit klar die kommen sogar besser als ich gedacht hätte so richtig gut klar so irgendwie war die letzte mission schwieriger dann kann ich sagen die war echt schwieriger habe ich mich auch gut genug aufgestellt ich weiß nicht support wenn man kaputt gegangen ist reparieren bitte dankeschön hier habt der dampe ist kaputt gegangen sowieso schaut das was hier hinten am meisten weh tut der dampe so war die wollen ja alle nur entlang sowieso schaut ich würde jetzt mal 75 da könnte man sogar noch mal ich habe einen baum ich habe einen baum und noch einmal ein generator warum nicht der markt scheint ja dann doch zu funktionieren irgendwie kaum essen aber hier links und rechts hier weiß was okay das ist schon mal schon mal was glaubt er hat das auch nicht weiß ich so ganz das ist auch ziemlich weit vorangekommen könnte man sogar noch ein bisschen verbessern aber das mal für den moment schon mal eher da haben wir pats da haben wir pats da haben wir pats da haben wir auch pats da drüben kommen sie auch rüber und hier hinten möchte keiner hinzu wie es ausschaut sage ich aber auch nicht nein dazu ein bereich weniger um den ich mich großreich kümmern muss aber zumindest für den notfall falls doch überschwappen sollten sind wir gewappnet wir gehen wir in verleihungseinrichtungen da britzler 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 noch kein britzler jetzt da britzler okay wir könnten eigentlich nur sagen weil die sonst nichts anderes machen so operation passt wie hier da haben wir zwei damer zwei damer noch was das passt soweit so dann strom alles vollbauen alles vollbauen wir brauchen wir müssen so viel Strom sparen können wie wir nur irgendwie können der recht ergibt sich dann von selbst können wir noch ein paar machen fast schon dafür dass wir noch ein bisschen was angeschützt zum hinstellen vielleicht hier noch einen zweiten britzler wenn wir das geld zu hätten oder das ohr und apropos geld wir können hier noch mal zwei stück hin bauen einfach nur hier um ein dauerkonvoi irgendwie zustande zu bekommen weil es ist schon recht gut wenn man laufen bauen kann ohne sich an irgendwas stören zu müssen das hat schon seine vorteile somit ist sich ausrecht weiß ich auch nicht ist die letzte welt noch nicht ganz noch nicht ganz okay dann müssen wir noch ein bisschen aushalten 250 53 na komm Dankeschön wir müssen uns zumindest noch ein bisschen anstrengen wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen wir müssen uns noch gar nicht so hinbauen aber eigentlich nur da kommt was weiß wohl noch ein paar mehr Leute auf die Mauern drauf das hilft wahrscheinlich auch nicht das schlechteste gewesen das können wir aber noch nachholen die hier weg bauen und hier mal ein Stück hinbauen je das ist nicht schlecht version aber nämlich jetzt gar keinen sowieso erschaut das ist sehr schlecht das ist sogar richtig schlecht so machen wir noch ein paar stück hin oje oje Charger, 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 Charger so viel wie man irgendwie hinbekommen können und danach einfach nur Geschütz zum Geschütz zum Hintergeschütz zum was soll's noch mehr Charger zum Glück haben wir das Geld aber jetzt haben wir es gerade nicht mehr sowieso ausschaut na komm bitte 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 dankeschön der nächste oh man und die Kanone wir haben richtig hin am Arsch würde ich sagen ok aber weißt du was wir könnten sogar noch das ist noch böse sein und sagen hey mach mir sogar noch eine zweite Kanone hin was soll's so jetzt da wave defeated dankeschön haben wir irgendwelchen Schaden genommen nein der ist jetzt schon mal richtig gut da haben wir noch ein bisschen was da haben wir noch ein bisschen was da haben wir noch ein bisschen was ja guck mal so jetzt die nächste Runde passt schon die große finale Runde mehr als hoffend dass wir nicht drauf gehen können wir jetzt eh nicht mehr also von dem her was soll es noch alles voll mit Geschützturm aber soweit sah das ja gar nicht mal verkehrt aus genau jetzt auch noch ein bisschen was hinstellen aber sonst sind wir eigentlich safe die Schützen müssen einfach nur laufen und rödeln das war's schon solange sie das machen sollte eigentlich nichts passieren komm mal an komm mal an da komm 1.000 möchte ich schon noch haben Jungs 1.000 müsste mir noch geben zumindest zack das hier können wir noch einsparen also wie hier oder eigentlich hier hier wärs noch besser das sind doch ziemlich viele Geschütze und die reißen ein ordentliches Loch rein die meine finanziellen Mittel sagen wir es mal so der Strom wird auch ordentlich wo es jetzt ist in dem soll es auch nicht liegen da haben wir auch was die 1.000 können wir jetzt gerade nicht zustande bekommen wir können natürlich noch jede Menge Geschütze zu mir stellen aber die bringen gerade eigentlich gar nichts in dem Sinn der Strom fressen das war's also wir sind gerade momentan nur noch auf Geld angewiesen und das fehlt jetzt die Runde noch irgendwas großartig aufbauen bringt eigentlich auch nicht viel was machen könnten wir hier das war's aber auch schon ja wie gesagt den dennoch insofern wir können einen Turm noch hinstellen aber da schaut's grad so bisschen schlecht aus wobei es könnte was werden es könnte was werden jetzt da wunderbar damit sollten wir eigentlich gewonnen haben die werden hier aufgehalten die werden oben aufgehalten hier ist natürlich der Hauptpulg also aber deswegen haben wir auch zwei Kanonen an der Stelle und hoffentlich funktioniert es jetzt ihr Bugs werdet endgültig hier von eurem eigenen Pläten vertrieben werden ist das nicht wunderbar ist das nicht oh Gott ist das viel kommt nur ein bisschen was durch zum Glück alles klar so muss ich doch mal sagen wir sind mit dabei bei der ÜBIT 3 einmal hier und einmal dort und hier nochmal einer hin dass das ja alles aufgeladen wird mich schaut zu unten aus relativ gut eigentlich wobei es halt auch gerade alle leer wieder oh Gott hier zack aufladen da ist gerade eine Massenexplosion gewesen die habe ich gesehen die habe ich sogar gespürt aber das ist echt noch ein großes aufkommen also wenn ich da noch ein bisschen Geld hätte wer ist jetzt richtig gut für mich 300 komm 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 die brauchen strom hier oben die brauchen strom die brauchen alles die brauchen granaten jetzt komm ähm damper damper wie man hinbauen können damper 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 äh vielleicht nur noch recharger wir hab auch noch damper damper recharger alles bisschen was von allem und wir haben es überlebt wir haben es geschafft wir haben es tatsächlich geschafft wo hier ein großes durchbruch war haben wir die finale ausforderung bestanden weil dann sie wissen wunderbar gemacht sie wisst damit wir jetzt endlich wir sind jetzt endlich bürger der föderation geworden und können unser soziales ranking noch weiter steigen indem wir freunde empfehlen auch nicht schlecht okay soviel zu second und da war das spiel freue mich darauf wenn das ganze weiterentwickelt das bisher ist gerade entwicklung vielleicht noch das eine oder andere kommt grafik ein bisschen aufgemischt wird denn vom grundspezip her wunderbar und vielleicht sogar ein endlos modus das wäre gar nicht mal so schlecht würde ich mal sagen aber an der gestellte stopp das neues rauskommt welchen mich natürlich diesbezüglich mit einer neuen let's play runde beziehungsweise ein paar infos bis dato aber hoffe ich halt viel spaß im zuschauen und es würde mich freuen wenn ihr das nächste mal mit dabei sein könntet hat es gut und wie immer